Step up Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Crew Die Story Heute mit Part 30, 31, 32, 33, 34, 35 Nein, keine Ahnung, wie lange der geht Auf jeden Fall machen wir heute ein 2,5 Stunden Rennen Das ist nämlich das hier oben Hier in, was ist das für eine Stadt? Dixville Grenztour nennt sich das Rennen 2,5 Stunden lang, Fahrzeugstufe normal Und ich und Patrick, wir fahren jetzt los Also Patrick ist heute auch wieder dabei Servus Und ja, dann fahren wir los Wie mit dem billigen Maserati Ja, ja Ja, ja Das war's für heute. Ach, wieso muss es das in Laster stehen? Hat der nichts besseres zu tun oder was? Nein! Ich bin voll an der Kurve vorbei gefahren. Ich auch. Oh, schon wieder! Wow! Cool! Ja, genau! Jetzt sind wir ja eh gleich da. Ja. Oh! Wee! Ach, genau! Ich fahr wieder ein Bullen rein. Alter, was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Oh, ich bin auch einmal reingefahren. Oh, danke, du hast ihn ausgeschaltet. Alter, jetzt muss ich erst einen Bullen bekommen. Ich kann das Rennen nicht starten. Warte. Warte, ich starte es. Ja, nein, dann werde ich hier immer noch verhaftet. Ich probiere es jetzt. Idiot, ich werde doch verhaftet, wenn ich das jetzt annehme. Was? Ich werde von der Polizei verfolgt. Ja, wenn ich das Rennen jetzt annehme, dann werde ich verhaftet. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, mei. Sag die Entwickler von dem Spiel. Ja. Alter, komm, jetzt lasst mich doch in Ruhe. Kommt zu mir, da ist keiner. Alter, die wollen mich jetzt verarschen, ne? Alles klar. Alter. Alter, jetzt auch noch eine Dreckspiste. Was ist denn das? Alter. Wir haben uns gleich. Wir haben das Ziel ab. Er ist durch. Ach, jetzt geht mir doch nicht auf die Eier. Ach, die können mich gleich mal. Alter. Das ist doch unglaublich. Jetzt lasst mich in Ruhe, ihr Deppen. Und dann geht's los mit dem Rennen, Grenztour, 2,5 Stunden. Das ist für dich auch normal. Was? Ja, ja. Ja, gut. Ja, passt. Los geht's. Wow. Autos in der Luft. Alter, was? Der nächste Checkpoint ist 55 Kilometer entfernt. Es gibt auch nur 30. Da kann man ja bestimmt nicht abkürzen. Ja. Ja. Alter, was geht mit dem ab? Hat er irgendwie gestört am Film oder was? Nein. Nein, 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 nein. Oh. Nein. Der hat einen Misser, Mann. Der kann doch gar nicht so schnell sein. Oh, jetzt hat er einen Fehler gemacht. Aber ich auch. Mann, das gibt so jetzt nicht. Kommen wir unter die ersten drei. Sollt ihr bei fünf Fahrern nicht so schwer sein? Vor allem, wenn wir zu zweit sind. Ja, ja. Vor allem, wenn wir zu zweit sind. Ja, ja. Bist du Zweiter? Nee. Nee. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh, jetzt geht's nach Detroit. Nein, keine Ahnung. Was ist denn das? Ich glaube schon in Detroit, oder? Äh. Ich hab gar nicht aufgepasst. Nein, auf so einer Brücke. Ja, und nach der Brücke kommt was? Detroit. Glaube ich. Keine Ahnung. Da kommt auf jeden Fall eine Steine. Ja, ja. Ist Detroit. Äh, gut. Dann passt schon. Wow, wow. Weil man muss hier abbiegen. Hoffentlich fährt man nur Autobahn. Nein. Jaaaa, mal schauen. Alter, was? Das gibt's doch nicht, wie bescheuert kann man denn sein? Führt einfach in meinen Weg rein. Bist du schon einen Kilometer vor mir? Nur weil es so einen Idiot auf der Straße geht. Boah, Mann, was sind denn das für komische Abbezweigungen? Alter, sind die bescheuert, wie fahren denn die alle? Auto zerstört. Wieso fahren wir eigentlich nach Norden, wenn der Checkpoint im Süden liegt oder andersrum? Wenn du jetzt auf die Karte schaust, fahren wir genau in die entgegengesetzte Richtung. Ja, wir wenden gerade, also ich zumindest. Ich fahre auf der falschen Spur. Ich bleib dauernd an irgendwelchen Autos hängen. Was? Ich bleib dauernd an irgendwelchen Autos hängen. Nein, falsche Richtung, Scheiße! Warum muss man da auf einmal... Hat er gefahren? Ja! Nein, nein, das kann nicht sein, oder? Jetzt fährt er schon wieder falsch. Nein, 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 das ist nicht falsch. Ich komme bloß weit hinten. Mann, dieser Drecksgegenverkehr! Nein, das ist nicht falsch. Ich komme genau da raus, wo ihr auch rausgekommen seid. Ich muss bloß wieder wenden dann. Ich weiß. Jetzt bist du also ziemlich letzter. Alter, ist der schon wieder bescheuert, oder was? Was kreuzten Sie die ganze Zeit die Spur? Ich habe aber Maserati und mit dem hole ich das hier wieder auf. Äh? Ja. Ah! Ah! Klar doch. Ach, was ist denn das für eine Scheiße? Nein, jetzt wird es auch noch Nacht. Da habe ich gar keine Lust drauf. Du bist echt laut, muss man schon sagen. Ja, mei. Was soll man machen? Alter, muss ich da hinhören. Hahaha. Soll ich lauter reden? Ich sehe dich fast nicht. Soll ich rauter... äh, lauter. Lauter reden! Lauter, ja. Ja. Boah, das geht gerade so ab. 350 und Nitro. Und jetzt machst du nur einen Ball. 100 pro. Ah, nicht mal, nicht mal, nicht mal. Der zweite geht ja auch so ab. Äh? Jetzt habe ich einen Unfall gebaut. Haha. Ja. 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 Wird das Richtung Ostküste? Na klar, jetzt sind wir eine Ostküste. Alter. Blödes Auto. Ich glaube wir fahren nach New York. Ja, kann schon sein, ich weiß nicht. Der zweite nimmt gerade alles auseinander. So. Ja. 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 Alter, was ist denn das für ein Idiot? Wie kann man sowas machen, verstehe ich im Leben nicht. Wie kann man auf einer Autobahn fahren und direkt drei Spuren kreuzen? Mei, das war bestimmt so ein alter Sack. Äh, bestimmt. Jürgen Klopp. Ja. Ja. Ach, wieso denn? Scheiße. Ich hätte nicht die Kurve mit 360 nehmen sollen. Ja, Heizer, darf ich vielleicht mal umdrehen, das wäre nett von euch, danke. Ihr Spaß. Alter, hast du da die Autos zerlegt oder warum stehen die da so rum? Ja, habe ich ja gesagt. Mein Gott. Mein Gott. Ach komm schon. Ach komm schon. Nein, ich bin schon wieder nicht abgewogen. Warum abbiegen? Ach, ja. Hä? Das Navi hat bei mir gerade angezeigt, abbiegen. Alter, das will mich doch verarschen. Das will mich verarschen. Das will mich verarschen, man. Bei mir stand gerade eben noch da falsche Richtung. Und jetzt auf einmal geht es weiter. So, aber jetzt bin ich vor dir. Hä? Hä? Ja, der zweite fährt auch vor mir. Aha. Das ist nicht das Navi, was da geht, das ist ein Fluss, oder? Ah, nein. Nein, mein Navi geht schon so. Ja, aber du bist voll falsch, du bist jetzt schon vierter. Hä? Mein Navi sagt mir, ich soll da langfahren. Wie geil. Jetzt soll ich abbiegen. Aha. Mach ich jetzt auch. Ja, wäre wahrscheinlich ein bisschen sinnvoll. Irgendwie finde ich es gerade ein bisschen lustig. Ja, weil die Zeit kommen wird, wo du es wieder verkacken wirst. Ja. Jetzt gerade zum Beispiel. Nein! Oh, Gott sei Dank. Alter, wieso fährt der mir rein? Alter, der mir auch. Jo, der Bus ist gerade fast umgekippt. Will der mich verarschen? Mann! Alter! Na ja, im Moment kriegen wir ja die 80.000. Ja. Und einen neuen Lamborghini. Und ich meine Mercedes AMG. Ja, den spare ich dann danach. Auf den spare ich danach. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Oh, da kann ich noch lange sparen. Echt? Wie viel hast du? Ich glaube, ich hast 250.000. Ja, ich habe 475. Das heißt, jetzt ist Rennen und dann noch fehlen mir noch 6.000 ungefähr. Sag mal, gerade läuft es irgendwie nicht. Bei mir auch nicht. Ich fliege dauernd irgendwie aus der Bahn raus. Nee, ich fahre die ganze Zeit gegen Autos. Ja, ich auch, weil ich dagegen fahre, fliege ich raus. Und dann muss man dauernd abbiegen. Sag einmal, was ist denn los? Da ist aber auch ein Verkehr. Ach komm, ich bleibe dauernd hängen an den Autos. Ach, wieso denn? Ich denke mal, ich fahre außen vorbei und dann bleibe ich doch irgendwie hängen. Ja, ja, ich denke auch immer. Ich streif es dir nur ganz leicht und auf einmal bleibe ich an den Autos hängen. Ja, genau. Das ist entbehindert. Nein, nein. Ich dachte schon, jetzt habe ich gerade den zweiten überholt und ich dachte schon jetzt, da war halt so eine Kehre, da muss ich abbiegen, dachte ich. Das ist wieder typisch gewesen. Der erste führt einfach mal um zwei Kilometer. Penner. Ich habe jetzt noch acht Kilometer. Warte, ich muss nachschauen Ich kann bloß gerade nicht nachschauen Okay, jetzt kann ich nachgucken Ich habe 5,3 Oha Fährst du auf der Autobahn? Nee Ich schon Ja, dann könntest du schneller sein Also ungefähr gleich wird es dann wieder Ja, dann kann ich nachschauen Boah, das war knapp Alter, wie hässlich Ja, dann kann ich nachschauen Ja, dann kann ich nachschauen Ja, dann kann ich nachschauen Ja, dann kann ich nachschauen